Ahhhh! Was muss ich jetzt? Oh Mann! Achtung! Kitter dir! Ah! Ja! 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 Hinter dir, Bruder! Ja! Ja! Ich weiß nicht, wie man sich dreht. Aua! Aua! Äh! Okay, das ist irgendein Hinweis. Der Film wieder sagt ihn mir nicht. Aua! 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 Hallo! Ist gut jetzt? Rage. Volle Rage. Himmel. Oh, Stein. Ich höre. Ha! Hab ich dich. Und noch was. Hab ich dich. Quack, quack. So. Okay. Oh ja. Das Rad hier oben muss ich irgendwie drehen lassen. Okay. Ich schätze mal. Ne, so nicht. Okay, nach oben. Wir gehen nach oben. Achtung. Oh. Ach. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh nein. Okay, so nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ist das mal toll oder ist das mal toll? Ich bin... So prima bin ich. Ich bin so... Hurra. Okay. Achso, ich darf wieder laufen. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist. Sondern vielleicht ist es einfach andershin zwar, Dalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer... Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden. Doch nun sind sie extremer. Gase. Die streben mich auch immer aus. Passen wir unter der Brücke durch? Ich weiß es nicht. Ich steige mal aus und gucke mal dumm rum. Okay. Okay, ich steige nicht aus. Ich habe Angst. Da sind schon wieder so Kreaturen. Ich habe Angst. Okay. Steige ich so wieder ans... Ja, so schnell. Was? Okay, sind wir in einem Boot, oder was? Nee, wo sind wir denn jetzt? Ich kriege aber auch keinen Zielton. Ah! Pause ich nicht! Ah! Aua! Musik, sag mal leise, ich muss mal kurz was hören. Hier ist irgendwo ein Stein. Da, ich höre ihn doch. Jawohl. Puh. Es ist ein bisschen anstrengend. Oh, das habe ich jetzt fast vergessen. Du hast ja so recht. Beim nächsten Mal. Schon wieder? Na toll. Ja, okay. Ja, und wieder rein ins Boot. Heute im Angebot der Urwald-Sport. Aus dem Boot raus und ins Boot wieder rein. Wer ist schneller? Ach, jetzt muss ich wieder hier. Wir hängen wieder fest. So wie es ausschaut. Gehen wir mal so rum. Schaut das besser aus? Nein. Müssen wir doch da raus? Okay. Sind die Geysire verschlossen? Boathopping. Das ist eine gute Idee. Hm. Hm. Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen. Aber das Wasser ist zu flach. Äh. Was muss ich jetzt tun? Screenreader, gib mir doch mal einen Hinweis. Jetzt hätte ich Zeit, um zuzuhören und mir das zu übersetzen. Screenreader, gib mir doch mal einen Hinweis. Screenreader, gib mir doch mal einen Hinweis. Ja, ja, man könnte... Ja, ja, man könnte... Ja, nee, okay. So krieg ich nix hin. Ja. Nüchter. Ja, nüchter. Ich hab keine Ahnung. Ha! Ja! Ich hab das Boot eingefroren. Nein. Okay. Äh. Was muss ich tun? So rum vielleicht? Ah. Ach, nicht schon wieder. Das hast du gut erkannt, Kleiner. Hä? Hallo, 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 hallo. Ganz normaler Tag in Mannheim. Ja, schön. Gut zu wissen. Ah, was ist denn jetzt wieder? Ach so. Okay. Ja. Äh. Man erfährt halt gar nichts. Es ist halt schon doof. Es ist halt schon doof. Es ist halt irgendwie... Was macht der da? Möchte ich mal verstehen wieder, was der da macht. Ja. Jo. Ähm, Kronoswaldo, weil das A noch ziemlich neu ist und die halt eine gewisse Accessibility eingebaut haben. Und bei The Last of Us Part 1 wurde es ja auch erst nachträglich eingebaut, bei der Remastered-Version. Also von daher, ähm, ist schon ein bisschen Aufwand, die ganzen Szenen. Und vor allem, das ist ja jetzt auch keine Filmszene, sondern das ist eine Szene, die du ja selber spielen musst. Und da gab's ja bei The Last of Us generell auch keine AD. Mein Problem ist, ich weiß grad nicht, was ich da jetzt machen muss. Das ist halt mein Problem. Ne, ich... Ja, da macht es Sinn, ich weiß es. Aber... Ist halt leider... Nicht... Ich hab halt echt keine Ahnung, was ich jetzt da machen soll. Ne, ich dachte. Na gut. Puh. Stuck again. Ich mein, wie gesagt, das macht unheimlich Spaß. Weil, ich mein, es ist ja in irgendeiner Weise spielbar. Es ist ja da. Aber... Es ist halt noch nicht vollständig. Es ist halt noch nicht vollständig. So, äh... Ich dreh mich mal mit der Kamera oder mit dem... Mit dem ganzen Kratos. Wobei, der läuft ja noch rechts und links, glaub ich, ne? Kamera. Okay, warte. Ähm... Ich soll mich nach... Jetzt hab ich grad deine Anweisung vergessen. Drehen. Ich lass mich mal langsam drehen. Okay. Rechts oder links. Äh, ich mein, rechts oder links. Drehen. Und ja, Watch Dogs... Watch Dogs Legends hat ja so ein bisschen, aber halt nicht viel. Ja, das ist sehr schade. Hätt ich auch gern gespielt. Auch hier auf dem Twitch-Channel. Okay, ich drehe mich mal langsam nach links. Das Wasser ist jetzt vor mir. Äh... Es ist jetzt vor mir. Ähm... Weiter? Oder... Ja, warte. Oh. Ach so, ja. Okay, warte. Äh... Hä? Hä? Äh... 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 Oh, ich hab die Axt nix. Ja, du hast recht. Okay, und jetzt wieder drüberlaufen, ne? Oder was muss ich machen? Ah, einer meiner Navigation vertraut. Also. Hallo, stopp, gib mir meine Axt wieder. Hat er die jetzt mitgenommen oder hat er die jetzt da stecken lassen? Gib mir meine Axt wieder. Ja, ja, ich weiß, ich bin im Boot, aber hat er jetzt meine Axt wieder mitgenommen? Das wollte ich eigentlich wissen. Ich habe nämlich kein Geräusch vernommen. Das wollte ich eigentlich wissen. Na gut. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. ich kriege halt gar keine Feedback, ich weiß nicht, was ich jetzt ob ich jetzt richtig mache die Navigation, glaube ich, funktioniert auch nicht ich gehe mal ah, ich muss rechts ich dachte es mir doch ah, jetzt glaube ich oh ey okay ach nee und ich schon wieder ach so ach so meinst du meinst du das hier vielleicht, meinst du dieses Gewässer weil da rauscht es ich schätze mal, du meinst das hier okay oh nein, du sollst die werfen nein hä? ach so ach, jetzt hat sich die Axt wieder geholt hä? ich ich bin verwirrt okay oh ja, ja, ich weiß ich hab's verloren ich hab's verloren ich hab's verloren so in etwa ja, ja ich versuch halt nur gerade irgendwie wohin ich jetzt muss das ist mein Problem ich versuch mich halt gerade irgendwie zu orientieren aber das funktioniert halt gerade gar nicht ach pfff okay, dahin mh 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 ne 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 das war nix ach so, noch rechts Ah, warte mal, da wo es plätschert Da? Nee Ah, warte mal.